Hi Leute, Let's GameDef macht regelmäßig Videos, wo ihr auf andere Spiele reagiert. Und diese Reaktion habe ich jetzt hochgeladen. Falls ihr das ganze Video von mir sehen wollt, könnt ihr oben auf das i klicken. Da habe ich dann dieses German GameDef Showcase Video verlinkt. Viel Spaß mit deiner Reaktion. Tschüss. Es ist unglaublich. Ich mag die Figuren. Was für gigantische Zahlen. Sie sind so riesig. Ich kann sie mir gar nicht vorstellen. Ich muss mir an den Kopf fassen. Ich mag die Figuren. Alles gut, alles gut. Ja, das muss man erstmal machen. Ja, man kann Sachen abbauen. Es gibt jetzt keine Gegner, die gab es vorher nicht, oder? Nee. Nee. Man kann gegenfliegen. Ja. Man kann weiter abbauen. Ja, es gibt jetzt mehr Gegner. Der Core-Loop ist noch nicht fertig. Aber er ist jetzt schon so, dass ich sage, aha, okay. Bald, bald, bald. Macht den fertig. Und dann kümmert euch um zusätzliche Gegner. Mehr Spezialisierung. Erstmal muss diese Ressourcen, und man kann damit was machen, funktionieren. Weil sonst brauche ich auch keine Gegner. Ich habe ja keinen Bock, Gegner abzuschießen, um Ressourcen zu sammeln, mit denen du schon machen kannst. Das ist ja hier nicht Minecraft. Habt ihr den Stream schon geliked eigentlich? Warum? Zentriple des YouTube-Markters. YouTube mag gelikete Streams, oder was? Schön Tag. Aufeigin. Amen.